Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Hallo, lieber Podcast-Hörer. Die siebte Speaker-Crew ist vorbei. Schade, sage ich, schade. Aber es waren wirklich gigantische 24 Stunden. Wirklich so vollgestopft mit Erlebnissen. Emotionen, Kulinarik. So viel Eindrücken, so viel Augenschmaus. Wahnsinn. Für die, die das nicht mitbekommen haben, wir waren bei Ernst Krameri zur Speaker-Ausbildung zum zweiten Mal bereits. Meine Frau, meine Kinder und ich waren ja bereits letztes Jahr bei der sechsten Speaker-Crews dabei. Die Speaker-Crews ist quasi der Gipfel der Speaker-Ausbildung. Speaker, Neudeutsch, Sprecher, Vortragender, der auf eine große Bühne geht, dort einen Vortrag hält und natürlich am besten kein PowerPoint, kein betreutes Vorlesen, sondern wirklich komplett frei. Nach dem Motto, wenn mein Vorredner das gleiche Thema hat, dann kann ich jederzeit changen, kann jederzeit sagen, ich mache was anderes, habe ich halt einen festgefahrenen PowerPoint oder habe nur einen Vortrag. Wenn wir das manche, ja, alteingesessene Speaker haben, die seit 20, 30 Jahren den gleichen Vortrag halten, dann funktioniert das eben nicht. So, und wir waren mit dem lieben Ernst Kramerin mehrmals in St. Moritz. Das Speaker-Training findet halt nicht in einem Hörsaal statt oder in einem Hotelraum. Dunkel. Und wir gehen da nicht mehr raus, sondern wir gehen in die Berge, wir laufen in den Bergen, wir fahren mit den Sesselliften hoch, mit den Skiliften, mit den Kabinenbahnen, wir gehen wandern, wir sprechen über einem rauschenden Gebirgsbach, wir klettern durch Spielgeräte auf den Spielplätzen, wir balancieren auf Wackelbalken, aber auch bei einem wackeligen Stein mitten im St. Moritzer See. Also immer und alles raus aus der Komfortzone, weil egal, was dann auf der Bühne passiert, es schockt dich nicht mehr, weil du hast schon so oft deine Komfortzone verlassen, hast währenddessen weitergesprochen, singend den Berg runtergelaufen oder rauf, die ganzen Touristen laufen vorbei, filmen dich, diskutieren, tuscheln, lachen vielleicht auch, was sind das denn für Vögel? Aber all das bringt dich immer weiter raus aus der Komfortzone und bewirkt, dass du mit deiner Stimme spielen kannst, dass du sehr laut sprechen kannst, aber auch sehr leise, um Dinge zu betonen. Deine Gestik, deine Nymik, deine ganze Aura, deine ganze Ausstrahlung wird trainiert und das ist einfach so gigantisch und sucht seinesgleichen in Ausbildungen zum Speaker. Ja, ein Dreiviertel der Vorbereitungszeit, dann gibt es im letzten Wochenende, gerade Mitte November, also letzten Wochenende, darin, dass dann die Bayerns dann immer ein 5-Sterne-Flusskreuzfahrtschiff auf dem Rhein schacht hat, das dann natürlich Mitte November schon super, super weihnachtlich geschmückt ist, wirklich absolut magische Amphäre. Diese 5-Sterne-Kreuzfahrtschiffe sehen wirklich aus wie ein schwimmendes 5-Sterne-Hotel. Es ist absolut gigantisch, wirklich sehr freundliches Personal und dann ist es so perfekt durchgetaktet und organisiert, das heißt, wir als Speaker waren schon einen Tag vorher an Bord, nochmal Generalproben gemacht, schon mal, wie man auf die Bühne geht, wie alles aussieht, dass man ein bisschen zu vertraut wird schon mit der Situation. Ja, dann nächsten Tag, Samstag, Mittag um 12, Live-Musik im Foyer. Die Gäste kommen einzeln an Bord, werden begrüßt, werden fotografiert, checken ihre Zimmer ein. Die Concierge bringen die Gäste mit ihrem Gepäck aufs Zimmer zum Einchecken. Dann gab es erstmal ein wirklich geniales 5-Sterne-Mittagessen, 5-Sterne-Lunch, wirklich ein gigantisches Menü und vor allen Dingen auch immer on-point und das für weit über 100 Gäste mit der Problematik eines Schiffes, dass man natürlich dort räumlich, platzmäßig sehr, sehr eingeschränkt ist und das dort so in dieser Qualität und dieser Perfektion hinzubekommen, ist absolut gigantisch in meinen Augen. Dann fing es an mit den ersten Speaker-Slots. Die ersten Speaker gingen auf die Bühne, teils begleitet von Live-Musik. Wir hatten einen fulminanten Redner, einen fulminanten Moderator, den lieben Christoph Grun, den ich schon sehr häufig moderieren sehe, der wirklich das einfach absolut genial macht und er hat da wirklich wieder ein absolutes Händchen für sowohl die Gäste als auch für den Staff und alle begleitenden Personen gehabt. Der Moderator war wirklich Sensation. Dann hatten wir drei große Slots, wo dann entsprechend immer vier von Speaker aufgetreten sind. Ich war im zweiten Slot dran nach einer wirklich wunderbaren Kaffeepause mit einem leckeren Kaffee-Kuchen. Dann der nächste Slot, nach meinem Slot gab es Abendessen und dann der letzte Slot und dann abends wirklich Live-Musik feiern und tanzen bis nachts um eins. Dann hieß es aber, die Bar macht gleich zu, einfach sonst erfahrungsgemäß morgens um neun, wenn es weitergeht, am nächsten Tag einfach gar keiner da ist. Und deshalb ganz, ganz wichtig, ja, früher ins Bett gehen. Gut, wir haben doch wenig Schlaf gehabt, das war einfach so, aber es gehört dazu. Und ja, dann hieß es ins Bett. Ist morgen wirklich ein wunderbares Frühstück, ein ganz wunderbares Frühstücksbuffet. Dann gab es noch eine Charity mit wirklich einem super, super wichtigen Thema. Das ist die Organisation Flying Hopes, wo Privatpiloten einfach ihre Flugzeuge verwenden, fliegen, um Kinder in Deutschland zu ihren Ärzten oder Spezialbehandlungen zu fliegen, die einfach nicht lange sitzen können, die einfach, wenn sie einfach sieben oder zehn Stunden im Krankenwagen unterwegs wären, ein Riesenproblem hätten. Deshalb, ja, machen diese Privatpiloten, nutzen ihre Maschinen und fliegen die Kinder in Deutschland umher. Und das ist wirklich, finde ich, so ein grandioses Projekt. In meinen Augen sehr, sehr wichtig. Und da sind wirklich sage und schreibe 20.000 Euro Spendengelder zurecht zusammengekommen. Absolut bombastisch. Und ja, hat uns gefreut, dass wir als Speaker und auch als Gäste was dazu beitragen konnten. Dann wurde unser Buch getauft, das zweite Expertenbuch, was letztes Jahr in den Venedig entstanden ist, das dritte nicht bereits im Lektorat. Begleitet wurde das alles mit Fernsehkameras, mit Videokameras, mit Fotograf. Es waren drei Fotografen dabei und es war einfach absolut Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, was da der liebe Ernst aufgefahren hat. Heute oder morgen sollen wir die Bilder bekommen. Dann gibt es eine Doku im Fernsehen darüber, mit dem wir das gesamte Bild- und Videomaterial für unsere Kanäle nutzen. Und ja, es war einfach bombastisch. Es war eine so geniale Erfahrung mal wieder. Und diese 24 Stunden, das war wirklich wie so ein Augenzwinkern, zack, vorbei, aber so vollgepackt mit wirklich Emotionen und wo man lange von zehren kann. Und wir dürfen uns dann doch nochmal daran erinnern, wenn wir die Fotos und die Videos bekommen, teile das auch auf meinen Kanälen. Und wenn du sagst, du möchtest einfach auch sprechen lernen, du möchtest einfach auch besser performen können. Und das muss gar nicht sein, dass du auf die Bühne möchtest, sondern das Performen, das Sprechen ist so wichtig, in der Kommunikation mit dem Partner, mit den Kindern, mit Kunden. Wir hatten letztes Jahr einen dabei, der in Österreich Beamter ist, der ich kaum seinen Namen sagen konnte. Und der war hinterher so wie aufgewechselt, der dann Vorträge in der Firma gehalten hat, als Abteilungsleiter, woraufhin der Chef gesagt hat, was ist mit Ihnen passiert? Ja, ich war da zu so einer Ausbildung. Und wir haben dann den lieben Ernst angeschrieben, du könntest die Rechnung bitte auf uns ausstellen, wir würden das gerne mal nehmen, weil was sie mit dem dann gemacht haben, das ist ja absoluter Wahnsinn. Das heißt einfach, wenn du dich besser ausdrücken möchtest, wenn du spontaner sein möchtest, wenn du einfach mit seiner Stimme besser oben gehen können möchtest, wenn du sagst, ich möchte einfach mehr verkaufen, ich möchte einfach besser beim Kunden ankommen oder, oder, oder. Dann ist so eine Speaker-Ausbildung genau das Richtige für dich. Nächstes Jahr legen wir noch mal eine Schaufel oben drauf. Der Ernst hat ein völlig neues Schiff gefunden, was noch gigantischer ist, noch luxuriöser und hat schon ganz, ganz große neue Pläne, dem vorangeht. Aber natürlich nächstes Jahr erst mal die Ausbildung als Speaker. Auch die alleine ist schon die Reise wert und macht mega, mega viel Spaß. deshalb unbedingt melde dich an. Wenn du weitere Infos haben möchtest, schreib mir einfach in podcast at handigwills.de genau, podcast at handigwills.de und du bekommst weitere Infos. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Es ist wirklich lebensverändert, absolut Begeisterung und pass auf gut auf dich und deine Fellnase auf. Wir sehen und hören uns im nächsten Podcast. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.